Sorry Leute, aber in diesem Video, also bei der Aufnahme, habe ich mal wieder, wie es schon oft passiert ist, vergessen, mein Mikrofon zu entstummen, denn ich muss immer mein Mikrofon zu entstummen, bevor ich eine Aufnahme mache. Oder weil, keine Ahnung, ich gerade kurz weg musste und ich will, dass meine Freunde wieder alles hören, was damit passiert oder so. Also, deswegen ist das hier mal eine No-Comment-Folge. Ich glaube, ja genau, das war die Folge, die ich auch alleine aufgenommen habe noch, deswegen eine No-Comment-Folge, vielleicht gefällt es euch auch so. Hoffentlich gefällt es euch, macht es noch viel Spaß im Video. Ich glaube, es ist noch viel Spaß. Ich glaube, es ist noch viel Spaß. Ich glaube, es ist noch viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020